Hallo Leute, wir sind heute wieder alle zusammen mit Silke und Bilou Paul. Die machen sich immer über mich los, die merken sie ja was. Ich bin jede Sündenbock. Suva ist die Hauptstadt von Pfejit. Das kommt aber, wenn man Mama reinlegen will. Leute, bei mir schaut's aus. Total unordentlich, die Küche. Die zeige ich euch nicht. Das ist total peinlich. Ich war ja ganz am Vormittag fast nicht zu Hause. Und der Robot ist da. Hallo meine Lieben, ich bin auch noch am Leben. Concealer. Ja, Concealer. Ich habe keinen Concealer drauf. Ich kann sie abdecken. Frauen sind da deutlich im Vorteil. Ich trinke einfach zu wenig. Sock die Gian schon wieder oben. Was denn sonst? Oh nein, ihr nehmt unser Auto auseinander. Ja, ich habe jetzt gerade ein Teil weggeflext hier aus dem Auto. Toll. Und? Damit ich endlich an das... Wann ich, es funktioniert? Ja, ich schau ja in das Schloss hinkommen. Ja. Mein Kunde ist auszusehen in der Schule mit deinem Kopf gegen meine Lippen gekommen. Da ist es ja aufgeplatzt. Ja Leute, und ich war im Krankenhaus bei meiner Mama, die die Schule hat angerufen. Und der Robert hat ihn geholt. Die sind zum Arzt. Ich habe nach denen gesucht, gesucht, wie blöd. Silas. Schmust mit der Kamera. Ich glaube es ja nicht. Ich habe mal die Däcke. Damals hatten Sie schon sexy Unterwäsche. Wir sind jetzt in unserem Zimmer und wir machen für euch gleich die Roomtour, bevor wir hier alles heranerschmeißen, ja? Also, auf geht's! So ihr Lieben, das war unser Wasser-Spaß für heute. Unser Wellness-Hotel. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Was habe ich gesagt, die Smoky liegt schon da drin. Smoky, gefällt es dir da drin aus? Ja! Kira! 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 Schau! Hier ist der Ball hier. Ja, fein! Die Stille blöd oder was? Oh Gott! Oh mein 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 Gott! Nach einer halben Stunde warten, sind wir jetzt endlich im Pebel-Kar und hängen aus dem Rad, wie sie es gehört, da geht es gleich den Berg auf. Das ist schon cool, das ist ein cooles Bild, gell? Burger zum Frühstück? Hakan macht Diät, ich bin eigentlich schon sack, du brauchst dich noch auf meinen. Doch keine Diät. Was ist das? Wir sind in den Universal Studios angekommen, gehen jetzt zu den Kassen, müssen unsere Tickets kaufen, haben wir nicht vorher geschafft. Hey Robert, den Boden muss man aber nicht auffumpen. Wie ein feiner Hund, gut machst du dich. Oh, jetzt will ich aber raus. Was soll ich jetzt machen? Ich brauche den Besuch. Es geht nicht. Stopp, stopp. Jetzt wird dir ein scheißer HundTIN. Du kannst dir ein scheißer Hund, natürlich besser aussehen. Das geht nicht. Musik Die ist so rassig. Das ist so süß. Ui, Ui, Ui! Papa, der Boden ist Lava. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Der ist Lava. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Die Stange ist Lava. 5. Das ist ja Folter für mich. Das ist echt Folter. Also wir fahren echt sehr, sehr langsam. Da kann man ja mitlaufen. Aber... Das ist ja... Das ist ja Folter. Das ist ja Folter. Das ist ja Folter für mich. Komm her! Muuu! Muuu! Das ist ja so. Das ist ja so. Das ist schon übel, oder? Das ist schon übel, oder? Das gehört dir, oder? Und einen Infinity Pool Mit Ausblick aufs Tal Da unten seht ihr noch ein Stück mehr Oh, das ist super gut Ist das nicht ein Anblick hier? Wohl, oder? Töne 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 Jetzt geben wir ihm was. Jetzt ist er auch ein ganz netter Hund. Sie ist heute nicht gut drauf. Ich sage trotzdem Gott sei Dank. Den Ofen und so weiter und die Couch hat der Bürgermeister alles jetzt mal gekauft. Erster Schritt. Und das muss hier halt Schritt für Schritt aufgebaut werden. Wie bei den anderen Families, dass es besser aussieht. Aber man kann halt nicht alles auf einmal machen. Es gibt halt viele Families und machen das Schritt für Schritt hier. Was ist das? Reis mit Spinat. Schatzilein, vom Spinat wird man stark. Na gut, dann kriege ich einen Mucki, dann bin ich stark. Von uns sind auch einige ganz teure Sachen dabei. Vor allem die Kameras, 4-5 Kameras für 3.500 Euro fast. Die wandern dann da auch zu 50% in diesen Spendentopf. Schaut mal was seht ihr hier. Wir haben hier Geschenke für euch im Wert von über 7.000 Euro. Und das alles für euch als Dankeschön. Auf Millehs Welt und auf Family Fun. Schauen Sie uns aufhören. Check свои встречи. Schauen Sie uns auf meine du jeśli Zeit. Schauen Sie uns auf. Ich werde euch im Wert von über 5.000 Euro hin. Schauen Sie uns auf. Schauen Sie uns auf. Be話 auf. Da sind die erste. Schauen Sie uns auf. Die Schauen Sie auf. Schauen Sie uns auf. Die Schauen Sie uns auf. König. Schauen Sie uns auf. Verwachen Sie uns auf. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute kommt der beste Teil des Abends und zwar die Bescherung! Und der beginnt? Ja, Hotschelbaum beginnt! Oh, Mundpussion! Oh, Mundpussion!